Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Na sowas. Klappe. Ich hätte dich das nie allein lassen lassen. Was zum Teufel war das? Er ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Pulsivfalle. N warten Sie an. Ah, 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 ah. Okay. Schätze, wir müssen hier runter. Fuck. Mir geht's gut. Na los. Oh, mein Hintern tut weh. Diese Lea. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Wir sollten solche Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Hey, da. Wer das wohl ist? Äh, eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Meinst du, sie hat was mit den Wurfs zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Ach du Scheiße. Die wurden alle erschossen. Hey, sieh mal. Das gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ist alles okay? Ja, tut mir leid. Es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Wieso ist diese Stadt so demoniert? In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf die Saat gewehrt. Ich sehe keine Wurfs. Nein. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Wow. Ja, Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall langgekommen. Ich werde erst dadurch. Hm. Stabile Barrikade. Okay. Tja, also... Stopp! Stolperdraht. Ach shit. Gute Augen. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem. Ein falscher Schritt. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Gott. coh. Das war's für heute. 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 Und drei erledigt, ja? Drei erledigt. Sechs, hier ist zwei, bitte melden. Begleitet Einhalt India zum TV-Sender. Wiederhole, begleitet einmal India. Ja, wir sollten hier weg. Naja, sie ist tot. Wie geht's dir? Ich ärgere mich, weil wir nicht mit ihr reden konnten. Ja. Aber sie hat Joan nichts getan. Es wäre falsch gewesen, sie zum Reden zu zwingen. Sie ist hunderte Malen gereist, um ihn zu foltern. Ist mir egal, ob sie die Keule gehalten hat. Ich verstehe. Shit. Runter. Wie kommen wir hier raus? Einer muss zum Punktgerät uns das melden. Sofort. Mir nach. Was sagst du vor? Sieh nach links. Er hat eine Flinte. Wir lichern zuerst das Gebäude. Wir lichern zuerst das Gebäude. Wir lichern zuerst das Flinte. Wir lichern zuerst das Flinte. Was lichern zuerst das zu holen? Los! Wachst du das? Ich sehe nach, was ist... Sei einfach still. Alles sauber. Weiter! Links von uns! Hier drin! Alex! Carlos! Das war's! Auf geht's! Das war's! Auf geht's! Auf geht's! Los! Schnell! Hab ich dich! Noch jemand? Lauf nicht! Ich hör noch mehr! Hier lang! Los, komm! Los, komm! Los, komm! Stop! Elis, dann auch! Scheiße! Verstehen Sie, wir haben Sie! Von hinten zum Platz! The fuck? Dina, Beeilung! Heinrichlinge, da drüben! Wer hält die Züge? Was? Keine Ahnung! Ziehen weiter! Wir müssen still sein! Wir müssen Sie abwürgen! Verfluch doch mal! Davon! Nein! Sehr schön. Das reicht fürs Erste. Weiter! Wir müssen da rein! Ganz irgendwie aus! Siehten ihr? Ja. Siehten ihr